Was ich mit dir mache, weiss ich ganz genau. Gryffindor! Das hat schon mal nicht schlecht funktioniert. Mal sehen, ich weiss, Hufflepuff! Ah, wenn das so ist, na klar, okay, Gryffindor! Schwierig, äußerst schwierig, ich sehe bei dir sehr viel Mut, im Köpfchen hast du auch was. Oh ja, und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin? Nicht Slytherin, hä? Bist du dir sicher, du könntest ganz groß werden? Du hast alles, was du brauchst in deinem Kopf. Und Slytherin wird dich auf den Weg zu wahrer Größe bringen, daran besteht gar kein Zweifel. Nein, dann wird es wohl eher Gryffindor! Vielen Dank! 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 Bye! Vielen Dank! 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 Malik! Malik! Was ist passiert? Malik! Ich bin auf der Kiste gelandet. Warum? Weiss nicht! Malik! Du weisst wieso! Hallo! Bist du verloren gegangen auf dem Lagerplatz? Ja! Ich bin auf dem Boden geschlafen. Oh nein! Bist du einfach in die Kiste gelandet? Ich bin auf dem Boden geschlafen. Das ist einfach in die Kiste gelandet. Dann hat mich irgendwer in die Kiste gelandet. Ich weiss noch nicht genau. So, ein kleiner Bub! Hallo! 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 Du Yves, meine Füße sind so gruselig, niemand will sie massieren. Deine werden massiert. Yves, das ist gruselig, ich habe zu viel greifen. Du kannst noch meine, komm. Hey, du hast meine. Linde, du dachtest noch in allem. Silvio sind sie noch eingreifen. Nein, ich bin so ein bisschen unterwegs. Mega fein. Wie sagst du dir der Postel aus, Thierry? Es ist auch schlecht. Es riecht fein. Sieht fein aus. Passt zu dir, passt zu dir. Was ist in deinem Auge, Liam? Joghurt. Ist schon richtig viel. Joghurt. 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 Romeo, schau mich mal an. Du bist super, ist gut. Du kannst raus. Du musst auf die Tüche, bevor wir noch lachen. Ja, da ist immer noch. Wow. Ich glaube, es gibt kein neues WC, oder? Wir haben auch noch ganz viele andere verrückte Ideen, wie wir das lösen können. Zum Beispiel? Ja, weisst du, das ist eben so bis jetzt. Ich habe den Dino, ich habe den Flaschen angemacht. Wieso sitzen die drei da hinten allein? Wir sind verschöpft worden. Verschöpft? Ja, Andi, Roman, Nick und Rache sind eben so böse. Nein. Wir sind ganz leid da hinten gesetzt. Und was meinst du dazu, wenn es alles in Ordnung ist? Nein. Wieso wehrst du dich denn nicht? Das ist Rüeblein an der Masse. Zeig dir mal den Rüeblein. Aber Nebia, wieso wehrt ihr euch nicht? Ich kann nicht wirklich. Nicht wahr? Ja. Ja. Ahhhhhhh! You better call him Booms, Gini Gonzalez! Or where'd he better than go? So... Wow! With the moosey bean balls Come on! Come on! Come on! Come on! The roof is leaking like a straighter There's loads of roaches in the hall Oh, let's go! Speedy Gonzalez! Speedy Gonzalez! How come you leave me? Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortillas and chili peppers La 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der wartet auf die Kokosmilch, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss... Es ist wichtig, dass das Seil gerade ist, das ist geil. Reinschlaue ich? Ja! So, ich mach' ich an. Du darfst die Schubkarren von Silvia übernehmen, dann muss ich sie ausfahren. Ich sage mir mehr Schubkarren, denn das Highlights gar nicht. Schubkarren! Dominik, kannst du bitte schnell mit der Schubkarren rumfahren? Kannst du nicht so... ... ... Musik 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 Einen war nur mit Leslie, an der Borte gelassen und hat den Glück aus Nordamerika, der war so richtig geil, einer hat nur über Wrestling geblieben, und die hat sich auch auf den Borte gelassen. Hörst du mir überhaupt zu? Nein, schau mal die heissen Cheeks an! Oh ja! Halt mich auf den Ring! Ich glaube, meine Augen frennen sie! Hey, Wargibber! Bitte viermal hinten! Wenn es jetzt schnell geht, hol ich meinen Alligator! Ja, ja! Bitte, die ersten zwei! Aber wir haben vier, der hat nicht zwei! Mein Chef hat nur die anderen zwei! Jetzt können die Rindigassen! Jetzt können sie ja kommen! Ich habe so Hunger nötig! Was gibt es denn heute zum Essen? Keine Ahnung! Hörst du da mit der Küche rum? Sie sind ja hart wie stein! Ich hole die Professin Lia! Lia, komm zur Küche! Alles gut! Oh nein! Sie sind ja wirklich alle im Stein! Was ist denn da passiert? Hät ihr etwas gesehen? Nein! Also, ich habe gehört, gegen Versteuerungen als Verzaubertränke! Jetzt müssen wir schnell einen machen! So! Mal schauen, was da so nett ist! Ding, 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 ding! So! Es ist ein Büro vom Abstand, wo ich jetzt versuche, wer es am Telefon draußen will rufen! Ich habe einen Büro! Entschuldigung, bitte! Ich bitte am Telefon ein bisschen ruhig! Sie wollen also Ihre Jäule verbeidlingen? Schicken Sie sie dann auch den Bebos? Hahahaha! Also, Sie sind dann einfach so noch füttert, oder? Wir nehmen hier keine Füttertäune entgegen! Also, da muss Ihnen schon klar sein! Wer getraut sich das aufzuschlecken? Ich! Schwind weg! Ich lüge dir, dass die gehören! Ich lüge dir, dass die gehören! Lüge! Haukel! 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 Antonia! Haukel! Wieso warte ich niemanden armen? Weil ich so viel Joghurt im Gesicht habe! Haukel! I'm too sexy for my love! Too sexy for my love! Love's going to leave me! Poor love! Naak! I'm too sexy for my love! I'm too sexy for my love! And I'm too sexy for my love! Took sexy for my love! 뭐 move me down my love! Deci, was meinst du zu deinen Kindern? Selber schulden. Mach Spaß! Du bist eine Schlange, du eisst das ganz am Stück. Du bist eine Schlange, du eisst das ganz am Stück. Ich will das ganz in deinem Magen sehen. Mach mal Lars, vergleif dich! Schau mal wie langsam er ist, du bist ein Tier! Du machst das! Du hast es in deinem Magen! Du hast es ganz in deinem Magen! Der hat noch den Boden, schau dir das an! Rant, Antonia! Antonia, hilf mal! Zeug ihr euch gleich! Immer bist du an der Stöcke, immer am chillen. Du hast es in deinem Magen! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017